Freunde, kann es sein? Kann es wirklich sein? Naruto Shippuden kommt im Jahr 2020 endlich auf Netflix! Wenn ihr wissen wollt, wann es genau kommt, dann bleibt jetzt bitte dran. Um jetzt aber mal kurz dazwischen zu krätschen, wir haben vor ein paar Tagen angefangen zu streamen auf Twitch. Versuchen das als unser neues Projekt etwas größer aufzuziehen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf Twitch und folgt uns auch da. Genau wie hier auf YouTube. Dazu ist jetzt auch unser gestriges Video hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, aber jetzt machen wir weiter mit den neuen News. Naruto Shippuden soll auf Netflix kommen. Ich weiß, die Nachricht gab es schon öfters, öfters mussten wir euch leider auch absagen, was uns selber ja auch als Naruto-Fans sehr sehr weh getan hat. Aber dieses Mal, dieses Mal habe ich ein gutes Gefühl. Hoffe ich auf jeden Fall. Also jetzt mal im Ernst, Naruto Shippuden soll am 31. März 2020 endlich auf Netflix erscheinen. Dieses Mal verspricht uns Netflix, dass der Termin wirklich, wirklich ganz sicher eingehalten wird. Nachdem der Release ja im September 2019 auf November verschoben wurde und als allerletztes dann noch auf unbestimmte Zeit komplett verschoben wurde, ist es jetzt aber wirklich soweit. Am 31. März 2020 soll es rauskommen. Also nochmal an alle, Naruto Shippuden endlich gemütlich auf der Couch oder im Bett gucken und das ab dem 31. März. Also schaltet alle ein. Das wär's mit den News, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut da rein, bis dann und ciao.